Guten Abend liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur aktuellen Schaubude. Und zwar zur 794. aktuellen Schaubude, heute aus dem großen Sendesaal in Hannover. Heute mit... Unsere Gäste, Chocolatementa Mastic aus Israel. Marc und Ralf aus der Schweiz. Anna Janta aus Polen. Donatella aus Italien. Und Lillin Forst aus Schweden. Die aktuelle Schaubude, meine Damen und Herren, ist heute so ein bisschen auf den Hund gekommen. Wir haben hier in Hannover einen großen Schönheitswettbewerb mit 3000... Dankeschön.